Ich halte unser Staatskirchenrecht für sehr zukunftsfähig. Das Modell, dass der religiös-weltanschaulich-neutrale Staat seine Bürger, und das heißt damit ja auch die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften einlädt, diese Gesellschaft zu bauen, den Staat zu tragen, gerade in einer pluralistischen Zeit, das halte ich für vernünftig. Ich halte es für zukunftsrechtlicher als etwa das laizistische Modell, dass Religionsgemeinschaften immer wieder zurückstößt und sie aus der Öffentlichkeit drängt, aus der Politik drängt, aber sie sind doch da, sie sollen doch eingeladen werden, die Demokratie zu tragen. Ich glaube, das Modell des Grundgesetzes ist deshalb zukunftsfähiger, weil es auch eine Einladung ist, nicht fundamentalistisch zu werden, die Chance nicht fundamentalistisch zu werden, weil man öffentlich miteinander umgeht und weil man sozusagen Verantwortung für dieses Gemeinwesen auch öffentlich sichtbar trägt. Und das, glaube ich, führt immer auch zur Mäßigung von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Vielen Dank.